Hallo Freunde, kurz vor heute 5. Boah, kurz vor heute wieder meine Freunde. Es gibt neue 125 Kläger, die gegen Terry Scott klagen. Er hat jetzt eine Klagesumme von 750 Millionen. Gegen ihn verdammt noch mal Travis. Wie viel ist dein Kontostand? Wenn du ein paar Milliarden hast, keine Frage. Aber 750 Millionen Dollar, überleg mal. Digga, es macht selbst dich pleite, der E-Witch ist das Fack. Aber irgendwann wirst du auch keine Kohle mehr haben. Gesteh endlich deine Fehler und bezahl den armen Leuten, die geschädigt sind, die ihr Geld und fertig, Mann. Weil sowas ist zu 100% einfach deine Schuld, Mann. Deine und Drake, Mann. Sowas müsst ihr richtig veranstalten. Mit Sanitätern und Sicherheitsleuten und so. Und man spielt einfach nicht weiter, wenn jemand tot ist, Mann. Denn da Leute sterben. Man hat Respekt vor den Menschen. Ein Menschleben ist mehr wert als Fame und Geld. Überlegt euch doch mal, was ihr tut, Mann. Okay, meine Freunde, es war's wieder von nur einem Bus. Abonniert, like, nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.